Nicht jeder von euch hat die Möglichkeit, unsere große Leinwandausstelle in Köln oder Berlin zu besuchen. Deshalb wollen wir euch im heutigen Video ein paar Tipps geben, worauf ihr beim Kauf einer manuellen oder elektrischen Rolleleinwand achten solltet. Dafür werde ich im Video einfach mal ein paar Fragen beantworten, die wir hier vor Ort per Telefon oder auch im Chat immer wieder mal gestellt bekommen. Das Video sollte somit insbesondere für Einsteiger ganz interessant werden. Viel Spaß! Eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Wo unterscheiden sich die einzelnen Leinwände in den Preisklassen? Dann sehen wir den größten Unterschied bei der Verarbeitung, insbesondere bei der Planlage. Hier beim Einstiegsmodell haben wir eine deutliche Eselsohrbildung. Das heißt, der Rand vom Tuch wälzt sich nach innen weg. Und was auch noch auffällt, ist der Mechanismus der Feder. Das heißt, wenn ich in der Leinwand ziehe bei dieser Rollovariation und lasse einfach los, dann flitscht die Leinwand einfach hoch. Wenn wir uns jetzt hier das etwas hochwertigere Modell anschauen, dann sehen wir sofort, dass diese Eselsohrbildung viel geringer ist. Also wir haben eine wesentlich bessere Planlage. Und auch der Mechanismus zum Einfahren der Rollo-Leinwand ist wesentlich hochwertiger. Also ich denke, die Eigenschaft von so einer Leinwand, die sollte irgendwo immer mit der Qualität des Beamers korrespondieren. Die Preisunterschiede sind gar nicht immer so groß. Oft sind da 20, 30 oder 50 Euro, kriegt man schon ein wesentlich hochwertigeres Produkt. Also diesbezüglich einfach mal mit uns sprechen. Wir finden da schon die richtige Leinwand für euch. Einen weiteren Unterschied bei den Leinwänden könnt ihr bei der Montageart feststellen. Bei den einfachen Leinwänden haben wir einen fixen Winkel am Ende von dem Gehäuse. Das heißt, das Gehäuse wird an die Wand oder an die Decke gebracht und dann hier entsprechend fest montiert. Bei den hochwertigeren Leinwänden ist es so, dass ihr hier Winkel habt, die nicht fest mit dem Gehäuse verbunden sind. Das heißt, die zwei Winkel werden zuerst an Wand oder Decke fest montiert und die Leinwand wird dann nachher eingehangen. Riesenvorteil, ihr seid also bei der Montage wesentlich flexibler. Das heißt, wenn ihr einen Sturz habt, Beton oder so, wo ihr nicht reinkommt, könnt ihr den Winkel ein bisschen verschieben. Und beim Einhängen der Leinwand, das könnt ihr im Prinzip sogar alleine machen. Es müssen also nicht zwei Leute da sein, die die Leinwand hochhalten, links, rechts bohren, festmachen. Geht also alles viel einfacher von der Hand. Das gilt übrigens für die Rolle und für die elektrischen Leinwände, diese Winkelmontage, dass sie sich da unterscheiden. Nun zu der Frage elektrisch oder Rolle. Das ist natürlich in erster Linie eine Kostenfrage. Wenn wir uns hier mal die Xelex von Professional Plus anschauen, die elektrische Variation hier in zwei Meter Bildbreite, die liegt bei knapp etwas über 400 Euro. Hingegen die Rollo-Version mit einem ähnlichen oder einem gleichwertigen Tuch schon für unter 200 Euro zu haben ist. Bezüglich der Einstiegs- bzw. Leinwände aus dem Mittelsegment sollte man aber wissen, dass so eine elektrische Leinwand meiner Meinung nach eine etwas bessere Haltbarkeit hat. Das ist halt kein mechanisches Teil, was ständig benutzt wird, bei Fehlbenutzung defekt gehen kann, wie die Feder. Das heißt, der Motor, der fährt mehr oder weniger immer gleichmäßig ein. Und es ist auch so, dass die manuellen Leinwände lediglich bis circa 2,80 Meter Bildbreite gebaut werden, weil ansonsten gar nicht garantiert werden kann, dass das Tuch gleichmäßig einrollt. Das heißt, wenn ihr eine etwas größere Leinwand haben wollt, dann würde ich per se zu den elektrischen gehen. Das Ganze sollte natürlich auch wieder mit dem Beamer korrespondieren. Das heißt, wenn ich einen sehr hochwertigen Beamer habe, gibt es für mich eigentlich keinen Grund, auf eine Rolloleinwand zurückzugreifen, weil die Vorteile dann bei der elektrischen Leinwand doch überwiegen werden. Welches Format sollte jetzt eine Leinwand haben? 16 zu 9, 21 zu 9 oder vielleicht 4 zu 3, 1 zu 1? Also für Einsteiger gilt eigentlich schon, die Leinwand sollte immer das Format haben, was der Beamer auch nativ darstellt. Und das ist in der Regel bei den heutigen Heimkinoprojektoren das 16 zu 9 Format. Das heißt, das Verhältnis von Breite zu Höhe beträgt 16 zu 9. Wenn ihr den Beamer dann nämlich richtig ausrichtet, dann ist das Bild von diesen schwarzen Streifen hier begrenzt. Es wirkt sehr aufgeräumt und zugleich wirkt das Bild subjektiv ein bisschen kontrastreicher. Es gibt aber auch einen guten Grund, eine 1 zu 1 Leinwand zu wählen. Wenn wir uns hier mal das 2 Meter Modell anschauen, haben wir eine Bildbreite von 2 Metern. Die Bildhöhe wäre hier 1,12. Wenn wir jetzt noch die Gehäusehöhe dazu addieren, ein bisschen schwarzen Vorlauf, dann kommen wir vielleicht auf eine Gesamthöhe von 1,50 Meter. Wenn wir jetzt eine relativ hohe Decke haben, 3 Meter, hängen die Leinwand runter, dann wäre die Bildunterkante bei 1,50 Meter. Das ist natürlich viel zu knapp. Wenn ihr so auf den Sov hängt, habt ihr ganz schnell einen steifen Nacken. Ihr könnt natürlich dann eine Leinwand mit einem etwas längeren Vorlauf wählen. Dazu gleich mehr. Alternativ, ihr nehmt einfach eine 1 zu 1 Leinwand. Weil diese hat dann eben der Bildbreite von 2 Metern auch eine Höhe von 2 Metern und fährt somit wesentlich tiefer runter. Das heißt, bei einer 3 Meter Decke, hätten wir dann eine Unterkante schon von 1 Meter und nicht von 1,50. Was natürlich noch mal wesentlich angenehmer ist. Eine relativ günstige Lösung, um das Bild ein bisschen runterziehen zu können. Damit kommen wir dann auch direkt zum nächsten Thema, zum Vorlauf. Was ist das? Wofür ist der gedacht? Wenn die Leinwand keinen Vorlauf hätte, wie eben gezeigt, dann wäre das Bild eigentlich viel zu hoch. Ich müsste mich also viel zu viel immer zurücklehnen. Dafür haben Leinwände einen sogenannten Vorlauf. Das heißt, überhalb der Bildfläche befindet sich, wie hier, noch ein schwarzes Element. Das ist der Vorlauf. Den gibt es in unterschiedlichen Längen. 10, 20, 30 Zentimeter. Also 30 Zentimeter ist ein Standard. Extra langer Vorlauf sind dann so 40 bis 50 Zentimeter. Damit habe ich die Möglichkeit, die Leinwand ein bisschen weiter runterzuziehen. Also das gesamte Bild runterzuziehen. Und habe dann das Bild nicht so an der Decke kleben. Da ist aber ganz wichtig, dass ihr dann beachtet. Und da müssten wir euch dann vielleicht auch mal ab und zu helfen bei der Planung. Aber ihr könnt den Beamer nicht an der Decke machen und entsprechend neigen. Weil dadurch habt ihr dann diese Verzerrung. Das heißt, wenn ihr das Bild, oder ihr habt eine sehr hohe Decke und ihr wollt es runtershiften, dann braucht ihr entweder einen Beamer mit einem ordentlichen Lendshift. Oder aber der Beamer muss entsprechend tiefer montiert werden. Aber da ist es sicherlich sinnvoller, wenn wir da mal kurz telefonieren. Wenn ihr jetzt eine elektrische Leinwand gekauft habt mit einem Vorlauf von 40 Zentimeter. Der ist aber viel zu lang. Was dann? Gut, also ich kann eigentlich bei allen elektrischen Leinwänden den Vorlauf einstellen. Dafür gibt es am Gehäuse ein paar Möglichkeiten mit dem Imbus reinzugehen. Das ist eine Schraube, die wird dann fein justiert. Damit kann ich den Start und den Endpunkt genau justieren und einstellen. Das ist aber oft so, dass es nur vom Fachpersonal gemacht werden darf. Weil ihr sonst Probleme vielleicht mit der Garantie bekommt. Das heißt in dem Fall am besten uns mal kontaktieren. Oder wenn ihr wollt und ihr bestellt eine Leinwand. Und wir können die euch auch vorher einstellen. Es ist also recht wichtig, dass man da nichts verkehrt macht. Weil da könnt ihr eine Leinwand ganz schnell auch mal kaputt machen. Nächster Punkt, der oft gefragt wird, ist das sogenannte Tension Seilspannsystem. Jetzt habe ich mal hier eine Leinwand runterfahren lassen. Wir sind jetzt hier auf der Rückwand, deshalb ist die schwarz. Das Seilspannsystem dient dafür, dass die Randbereiche möglichst plan sind. Also was ich euch eben am Video am Anfang gezeigt habe, diese sogenannten Eselsohren, die werden damit unterbunden. Vorweg, wofür das Tension System nicht ausgelegt ist, Wellen, die sich in der Mitte des Bildes befinden, zu reduzieren. Weil das hat überhaupt nichts mit dem Tension System zu tun. Das Tension System ist dafür viel zu schwach. Das Tension System hat lediglich einen Einfluss auf die ersten 10, 15, 20 Zentimeter, je nach Stärke. Das heißt wirklich nur für diese Eselsohren. Wenn ich in der Mitte eine Welle habe, dann hat das einzig und allein damit zu tun, dass ich entweder ein schlechtes Tuch habe, oder dass dieses im Tubus schlecht eingehangen wurde, oder dass dieser sogenannte Fallstab nicht sauber aufgezogen wurde. Also das Tension System dient dafür, die Eselsohren zu reduzieren. Und in der Regel ist es so, dass dieses Tension System auch nur bei diesen folienbasierten Tüchern eingesetzt wird. Das heißt, wenn ich hier so drücke, dann sieht man, dass es relativ empfindlich ist. Weil bei diesen schweren Tüchern aus gewebten Tuch ist der Einfluss einfach etwas geringer. Für die meisten Tension Systeme gilt übrigens, dass die Leinwände komplett ausgefahren sein müssen. Wir haben so eine gewisse Biegung hier bei diesem Spannsystem. Und wenn die Leinwand nicht komplett runterfährt, geht jetzt nicht um 10 cm, das kann ich natürlich immer fein justieren, dann habe ich eine deutliche Faltenbildung. Deshalb, wenn ihr euch schon eine Tension Leinwand zulegt, dann schaut, dass diese auch wirklich customized ist. Dass also der Vorlauf für eure Bedürfnisse angepasst wird. Bei Tension Systemen wird also primär auf ein folienbasiertes Tuch gesetzt. Es gibt aber alternativ auch noch die gewebten Tücher. Die sind also ein bisschen fester. Da ist es aber nicht so ganz einfach, diese schöne Planlage hinzubekommen. Wenn, dann müssen diese Tücher relativ hochwertig verarbeitet werden. Das heißt, es wird gegeneinander gewebt. Horizontal und vielleicht sogar ein bisschen diagonal und vertikal. Dadurch kriege ich dann eine ganz gute Planlage hin. Warum aber dann nicht immer ein Tension System nutzen? Zum einen sind die Tension Systeme meistens natürlich ein bisschen teurer. Zum anderen haben die gewebten Tücher noch einen anderen weiteren Vorteil. Und zwar sind diese natürlich wesentlich unempfindlicher. Zum einen gegen mechanische Auswirkungen. Das heißt, wenn ich mal dagegen komme, passiert nicht so schnell was. Sie sind gegen Kratzer und so weiter ein bisschen unempfindlicher. Und der gravierendste Punkt ist aber eigentlich, dass diese gewebten Tücher gegenüber klimatischen Bedingungen wesentlich unempfindlicher sind. Das heißt, sie kann nicht ohne Probleme eine Hitzequelle aussenden. Wenn ich ein Tuch, was auf PVC-Basis, also sehr dünn ist, an eine Heizung hänge oder auch sogar an eine Fensterfront, wo die Sonne gegen knallt oder rein scheint, dann kommt es zu starken Verzerrungen. Das heißt, das Tuch dehnt sich aus und ich habe extreme Falten im Tuch. Das ist dann auch kein Garantieanspruch mehr. Das heißt, ihr müsst bei der Wahl des Tuches definitiv den Standort auch berücksichtigen. Also nicht blind irgendwie ein Tanchentuch kaufen, wenn man jetzt eine bessere Planlage hat und dann setzt ihr das vor irgendein Fenster und nach zwei Monaten habt ihr die Wellen drin. Da solltet ihr also auf jeden Fall darauf achten. So, nun zu der Frage, die eigentlich immer wieder kommt. Man liest das ja immer wieder in den Datenblättern. Der Gainwert. Was ist der Gainwert? Also ein Gainwert von 1 bedeutet eigentlich nicht mehr, als dass die Leinwand in dem Moment genauso viel Licht reflektiert, wie eine normweiße Wand das tun würde. Bei einem Gainwert von 1,2 erhalte ich also 20% mehr Licht wie meiner Leinwand mit einem Gainwert von 1. Dieser Gainwert, der ist aber winkelabhängig. Das heißt, diese 20% Lichtsteigerung, die habe ich nicht, wenn ich mich seitlich zur Leinwand drehe. Da reduziert sich das. Irgendwo muss das Licht ja auch wieder herkommen. Das heißt, ein höherer Gainwert bedeutet in der Regel, dass ich, wenn ich von vorne auf die Leinwand schaue, ein etwas helleres Bild habe. Das ist ein recht komplexes Thema. Das kriegen wir in dem Video, denke ich, nicht abgearbeitet. Wenn ihr also schwierige Verhältnisse habt oder ihr wollt einfach nur das optimale Bildergebnis, Lichtergebnis für eure Projektion erreichen, auf jeden Fall mal anrufen. Wir kennen uns ganz gut damit den Herstellerdaten aus. Da finden wir sicherlich die richtige Leinwand für euch. Direkt verknüpft mit dem Gainwert sind die sogenannten Tageslicht-Kontrastleinwände. Da lest ihr im Moment ja relativ viel im Internet drüber. Für mich persönlich die Entwicklung in den letzten Jahren im Bereich Heimkino. Weil dadurch hat also Heimkino-Beamer, das hat jetzt nochmal so einen richtigen Schub im Wohnzimmerbereich bekommen. Dafür haben wir hier in Köln also auch eine große Ausstellung. Wir haben ja so einige Tageslicht-Laden, wenn im Vergleich hängen, die ihr euch alle mal anschauen könnt. Über das Thema haben wir also auch schon ein paar Videos gedreht. Da setze ich euch mal einen Link unten in die Box. Und nach oben haben wir auch nochmal einen Link im Video. Schaut euch das nochmal an. Ist also auch wahnsinnig interessant, was man da alles so rausholen kann mit diesen sogenannten Tageslicht-Kontrastleinwänden. Welche Leinwand ist aber jetzt für euch die richtige? Wenn ihr im Einstiegsbereich was sucht, dann kann ich euch auf jeden Fall von Xelexon die Professional Plus empfehlen. Die gibt es in der Rollo- und in der Motorversion. Da setze ich euch auch nochmal den Link unten in die Box, beziehungsweise oben nochmal einen Link als direkten Produktlink. Könnt ihr euch mal anschauen. Wenn ihr eine etwas professionellere Leinwand sucht, dann empfehle ich euch doch mal kurz anzurufen, weil da gibt es dann doch so viele Unterschiede, die man aufeinander abstimmen sollte. Wenn ihr da schon so viel Geld investiert, dann ruft einfach mal an und dann finden wir also auch das passende Produkt für euch, was wir mit dem Beamer perfekt kombinieren, was für eure Raumbedürfnisse gut geeignet ist, weil damit habt ihr dann ein bisschen länger auch Freude. Ich hoffe, das Video hat euch einen kleinen Überblick verschafft. Bleibt unserem Kanal treu. Wir freuen uns über jeden Like, jedes Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Euer Bülent.